Hallo liebe Medienintelligenznutzer, ich wollte euch ein kleines Video machen, wie ihr euch anmelden könnt und bei uns mit diskutieren könnt. Und zwar geht ihr dafür auf den Punkt Registrieren, klickt das an und dann führt euch WordPress, so heißt quasi die Software, die wir benutzen, zu einer bestimmten Stelle. Dann gebt ihr bitte einen Usernamen ein, bei mir ist das jetzt mal Sabine und meine E-Mail-Adresse zur Registrierung. Also man muss, um mitmachen zu können, eine E-Mail-Adresse haben. Wenn ihr keine habt, richtet euch einfach eine bei web.de oder sonst irgendwo ein. Registrieren, so das war's schon. Dann bekommt ihr eine E-Mail in euer E-Mail-Fach geschickt, beziehungsweise in die E-Mail, die ihr angegeben habt, mit eurem Passwort. Mit diesem Passwort, Copy & Paste mit Steuerung C, geht ihr einfach zurück auf die Seite und loggt euch mit eurem Benutzernamen wieder ein. Anmelden. So, dann seid ihr hinten im sogenannten Backend und da könnt ihr dann erstmal so ein paar Sachen eingeben, euren Namen, wie ihr genannt werden wollt und so weiter. Und euer Passwort in ein Passwort verändern, dass man sich auch merken kann. Eine weitere Möglichkeit, die ihr jetzt habt, ist ein Profilbild hochzuladen. Das macht ihr am besten, indem ihr euch einloggt und euer Profil bearbeitet, unterscrollt und hier ein Profilbild hochladet. Und wenn ihr das Profil aktualisiert, speichert ihr es ab. Sonst noch was? Kann ich was? Das müsste es jetzt eigentlich gewesen sein. Ihr erscheint dann, eure Posts erscheinen dann quasi mit eurem Profilbild. Sonst noch was? WDR 2021 WDR 2022